Spreche ich zu laut? Nein, das glaube ich nicht. Ja, du schreist viel. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Heute ist Samstag. Heute ist Samstag. Heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Wo war ihr letzter Urlaub? Wo war ihr letzter Urlaub? Ich bin durch Südostasien gereist. Ich bin durch Südostasien gereist. Ich war für einen Skiurlaub in den Alpen. Ich war für einen Skiurlaub in den Alpen. Welche Snacks stehen auf der Speisekarte? Welche Snacks stehen auf der Speisekarte? Es gibt Kekse und Sandwiches. Es gibt Optionen mit Schokolade und Chips. Es gibt Optionen mit Schokolade und Chips. Was ist dein Lieblings Videospiel? Was ist dein Lieblings Videospiel? Es macht viel Spaß, Fortnite mit meinen Freunden zu spielen. Es macht viel Spaß, Fortnite mit meinen Freunden zu spielen. Minecraft gibt ihnen die Möglichkeit, kreativ zu sein. Minecraft gibt ihnen die Möglichkeit, kreativ zu sein. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist sehr heiß. Das Wetter ist sehr heiß. Kaltes Wetter Kaltes Wetter Das Wetter ist regnerisch. Das Wetter ist regnerisch. Es ist windig. Es ist windig. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Apfel und Banane sind meine Lieblingsfrüchte. Ich mag Orangen und Erdbeeren sehr. Ich mag Orangen und Erdbeeren sehr. Ist dir kalt? Ist dir kalt? Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Nein, ich glaube, es ist zu heiß. Mir ist ein bisschen kalt. Mir ist ein bisschen kalt. Was sind die besten Arbeitszeiten? Was sind die besten Arbeitszeiten? Der Morgen ist normalerweise ruhiger. Der Morgen ist normalerweise ruhiger. Am Nachmittag ist es lebhafter, besonders am Wochenende. Am Nachmittag ist es lebhafter, besonders am Wochenende. Was hast du heute gemacht? Was hast du heute gemacht? Ich habe trainiert und etwas Sport gemacht. Ich habe trainiert und etwas Sport gemacht. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen und wir haben einen Kaffee getrunken. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen und wir haben einen Kaffee getrunken. In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Ich bin in der fünften Klasse. Ich bin derzeit in der dritten Klasse. Ich bin derzeit in der dritten Klasse. Worüber möchten Sie mehr erfahren? Ich möchte Computerprogrammierung und Kodierung lernen. Ich möchte Computerprogrammierung und Kodierung lernen. Naturwissenschaften und Umweltthemen interessieren mich. Naturwissenschaften und Umweltthemen interessieren mich. Wie viele Schüler lernen im Unterricht? Wie viele Schüler lernen im Unterricht? In unserer Klasse sind 25 Schüler. In unserer Klasse sind 25 Schüler. In unserer Klasse sind 30 Schüler. In unserer Klasse sind 30 Schüler. Was ist dein Lieblings Videospiel? Was ist dein Lieblings Videospiel? Es macht viel Spaß, Fortnite mit meinen Freunden zu spielen. Ich mag Minecraft und baue meine eigene Welt. Ich mag Minecraft und baue meine eigene Welt. Was machst du normalerweise an Wochenenden? Was machst du normalerweise an Wochenenden? Ich treffe meine Freunde und gehe aus. Ich treffe meine Freunde und gehe aus. Ich lese lieber Bücher oder schaue zu Hause Filme. Ich lese lieber Bücher oder schaue zu Hause Filme. Gibt es genügend Sitzplätze in der Cafeteria? Gibt es genügend Sitzplätze in der Cafeteria? Normalerweise haben wir genügend Sitzplätze. Normalerweise haben wir genügend Sitzplätze. Sitzbereiche sind oft voll. Sitzbereiche sind oft voll. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? In meiner Klasse sind 23 Leute. In meiner Klasse sind 23 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Welche Art von Filmen magst du? Welche Art von Filmen magst du? Ich liebe Science-Fiction-Filme. Ich liebe Science-Fiction-Filme. Ich liebe Komödien. Ich liebe Komödien. Welche Art von Kunstwerk magst du? Welche Art von Kunstwerk magst du? abstrakte Gemälde abstrakte Gemälde realistische Gemälde realistische Gemälde Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe Pasta sehr. Ich liebe Pasta sehr. Ich mag Fast Food. Ich mag Fast Food. Was ist ihr Lieblingsfilm-Genre? Was ist ihr Lieblingsfilm-Genre? Aktion Aktion Drama und Romantische Komödie Drama und Romantische Komödie Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Haben Sie den neuen Mitarbeiter kennengelernt? Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ich habe mich noch nicht getroffen. Ich habe für zwei Stunden später ein Treffen vereinbart. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Ja, ich habe dich heute Morgen getroffen. Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Nein, alles funktioniert. Nein, alles funktioniert. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden. Welche Farben gefallen dir? Welche Farben gefallen dir? Ich mag die Farben blau und grün. Ich mag die Farben blau und grün. Ich bevorzuge rot und gelb. Ich bevorzuge rot und gelb. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Leider ist dieser bereits verkauft. Leider ist dieser bereits verkauft. Klar, du kannst es haben. Klar, du kannst es haben. Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Wie viele Dollar haben sie in ihrer Tasche? Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe keine Dollars mehr. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Ich habe 10 Dollar und werde 10 Lira kaufen. Welche Fähigkeit würden sie gerne weiter verbessern? Welche Fähigkeit würden sie gerne weiter verbessern? Ich möchte meine Kochkünste weiter verbessern. Ich möchte meine Kochkünste weiter verbessern. Ich möchte meine Sprachlernfähigkeit verbessern. Ich möchte meine Sprachlernfähigkeit verbessern. Was sind die Pacific Rims? Pazifische Ringe beziehen sich auf die Regionen mit Erdbeben und vulkanischer Aktivität rund um den Pazifischen Ozean. Pazifische Ringe beziehen sich auf die Regionen mit Erdbeben und vulkanischer Aktivität rund um den Pazifischen Ozean. Die Pazifischen Ringe umfassen die Erdbebenzone und die vulkanische Aktivität rund um die Pazifische Platte. Die Pazifischen Ringe umfassen die Erdbebenzone und die vulkanische Aktivität rund um die Pazifische Platte. Haben sie Schulden? Haben sie Schulden? Ich schulde der Bank Geld. Ich schulde der Bank Geld. Ich habe keine Schulden. Ich habe keine Schulden. Sind sie heute sehr beschäftigt? Sind sie heute sehr beschäftigt? Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe fünf Treffen, aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen, aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Ja, du kannst. Ja, du kannst. Nein, ein letzter ist noch übrig. Nein, ein letzter ist noch übrig. Was war die letzte Veranstaltung, an der sie teilgenommen haben? Was war die letzte Veranstaltung, an der sie teilgenommen haben? Wir haben mit meinen Freunden ein Picknick organisiert. Wir haben mit meinen Freunden ein Picknick organisiert. Wir gingen zu einem Musikkonzert und hatten viel Spaß. Wir gingen zu einem Musikkonzert und hatten viel Spaß. Hattest du ein gutes Wochenende? Hattest du ein gutes Wochenende? Wir sind am Wochenende mit Freunden ins Kino gegangen. Wir sind am Wochenende mit Freunden ins Kino gegangen. Am Wochenende machen wir ein Picknick. Am Wochenende machen wir ein Picknick. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde heute Urlaub haben. Ich werde heute Urlaub haben. Heute gehe ich einfach ins Bett. Heute gehe ich einfach ins Bett. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Ich bin ein wenig krank. Ich werde mich ausruhen. Liegt das Café in der Nähe des Stadtzentrums? Liegt das Café in der Nähe des Stadtzentrums? Ja, es liegt in der Nähe des Stadtzentrums. Ja, es liegt in der Nähe des Stadtzentrums. Es ist ein bisschen weit. Man muss mit dem Auto fahren. Es ist ein bisschen weit. Man muss mit dem Auto fahren. Was ist deine Lieblingsmusik? Was ist deine Lieblingsmusik? Popmusik ist energiegeladen und fröhlich. Popmusik ist energiegeladen und fröhlich. Rockmusik, ihre Texte berühren mich. Rockmusik, ihre Texte berühren mich. Besitzen sie diesen Teil des Autos? Besitzen sie diesen Teil des Autos? Ich habe das nicht zur Hand. Ich habe das nicht zur Hand. Wie viele wollen sie? Wie viele wollen sie? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist The Shawshank Redemption. Mein Lieblingsfilm ist The Shawshank Redemption. Für mich ist Inception mein Lieblingsfilm. Für mich ist Inception mein Lieblingsfilm. Was ist das für ein Papier? Was ist das für ein Papier? Es ist Teil meines Physik-Notizbuchs. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Es ist aus deiner Tasche gefallen. Wirst du direkt nach der Party gehen? Wirst du direkt nach der Party gehen? Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen. Morgen gibt es eine Prüfung. Ich muss gehen. Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen. Meine Mutter hat angerufen. Ich muss gehen. Wie sieht ihr Wochenendplan aus? Wie sieht ihr Wochenendplan aus? Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Ich werde zu Hause Filme schauen. Ich werde zu Hause Filme schauen. Welche Bestellmöglichkeiten gibt es? Welche Bestellmöglichkeiten gibt es? Bestellungen werden am Tisch entgegengenommen. Bestellungen werden am Tisch entgegengenommen. Bestellungen sind an der Kasse aufzugeben. Bestellungen sind an der Kasse aufzugeben. Was hast du heute in der Schule gelernt? Was hast du heute in der Schule gelernt? Wir haben im Mathematikunterricht ein neues Thema gelernt. Wir haben im Mathematikunterricht ein neues Thema gelernt. Im Literaturunterricht haben wir eine schöne Geschichte gelesen. Im Literaturunterricht haben wir eine schöne Geschichte gelesen. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Ich gehe mit meinen Freunden aus. Ich gehe mit meinen Freunden aus. Ich ruhe mich zu Hause aus und lese ein Buch. Ich ruhe mich zu Hause aus und lese ein Buch. Wie viel Gehalt verdienen sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen sie ungefähr? Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Ich verdiene 200 Dollar pro Woche. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Du siehst nicht so gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Du siehst sehr schön aus. Du siehst sehr schön aus. Was machst du heute? Was machst du heute? Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde meine Mutter besuchen. Ich werde studieren. Ich werde studieren. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde einkaufen gehen. Worauf möchten sie sich spezialisieren? Worauf möchten sie sich spezialisieren? Ich möchte mich auf Computerprogrammierung spezialisieren. Ich möchte mich auf Computerprogrammierung spezialisieren. Ich möchte mich darauf konzentrieren, mehr Wissen im Finanzbereich zu erwerben. Ich möchte mich darauf konzentrieren, mehr Wissen im Finanzbereich zu erwerben. Wann soll ich zu ihnen kommen? Wann soll ich zu ihnen kommen? Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden?